Ich habe zuerst das Tag gesehen und dann Sie. Einen wunderschönen! Hallo! Guten Tag! Herzlich Willkommen! Wie geht's? Oh, die Winterjacken! Aber das ist genau das Intim-Outfit, weil die gute Wäsche nur um den Funchmesser. Es ist ein bisschen frechlich. Genau, die behalten wir dann gerne hin. James Bond, es klappt. Was erwartet man denn heute Abend? Diese Premiere ist gut. Also, ist die Erwartung extrem hoch? Oder ist das Schöne, dass man sich immer wieder überschützt hat? Also, wenn man jetzt die Erwartung ist, ich habe einen besseren Bond als alle anderen, die ich vorher gesehen habe. Und ich hoffe, dass das so weitergeht. Selber Regisseur, alles was ich gelebt habe, die Erwartungen sind sehr hoch. Was erwartet man denn?